Musik Shizu bedeutet aus dem Chinesischen übersetzt so viel wie Löwe. Dieser freundliche Mini-Hund, von dem allerhöchstens die Mähne und das Selbstbewusstsein Löwenhaft genannt werden können, ist heute ein sehr beliebter und verschmuster Schoßhund. Geschichte und Herkunft des Shizu Ursprungsland des Shizu ist Tibet. Schon im 7. Jahrhundert soll es dort in den Klöstern derartige Hunde gegeben haben. Man sagt, Buddha selbst soll einen Hund besessen haben, welcher die Fähigkeit hatte, sich in einen Löwen zu verwandeln. Daher legten die damaligen Mönche auch großen Wert auf die Züchtung von Shizus und damit verbunden deren Löwen aussehen. Shizus wurden damals aufgrund ihres besonders guten Gehörs zur Bewachung der Tempel eingesetzt. Als Tribut kam der Shizu im 17. Jahrhundert in das Kaiserreich China, wo er dem Kaiser zur Freude gereichen sollte. Schnell eroberte er dessen Herz. Und so erreichte die Züchtung des kleinen Löwenhundes ihren Höhepunkt. Mit der Machtübernahme der Kommunisten schwand das Interesse in China an dieser Hunderasse und auch an deren Zucht. In Europa sowie in Amerika jedoch fanden sich Liebhaber, die die Zucht weiterführten. Heute ist der Shizu ein beliebter Modehund. Erscheinungsbild des Shizu Brüden und Hündinnen erreichen eine Schulterhöhe von 25 bis 27 Zentimeter und haben ein Idealgewicht von 4,5 bis 7,3 Kilogramm. Die kleinen, robusten Vierbeiner können mehr als 15 Jahre alt werden. Der Shizu besitzt einen langen, eher kräftigen Körper mit kurzen Beinen. Die Ohren an seinem runden Schädel sind hoch und hängend angesetzt. Markenzeichen des Shizu sind die leicht hervorquellenden Augen, seine so gut wie nicht vorhandene Nase und ein verkürztes Gaumensegel, welches ihn dazu bringt, sich zumeist mit schnarchenden Geräuschen zu umgeben. Die Farbe seines Fells kann unterschiedlich sein, denn in der Zucht sind alle Farben erlaubt. Bei mehrfarbigen Tieren wird eine weiße roten Spitze sowie eine ebenfalls weiße Stirnblässe gern gesehen. Das Fell an sich ist lang und dicht mit einer dichten Unterwolle. Wesen und Charakter des Shizu Aufgrund seiner ruhigen, freundlichen, verschmusten und sehr sensiblen Art, vor allem seiner Familie gegenüber, ist der Shizu ein beliebter Gesellschafts- und Begleithund. Er ist sehr aufmerksam und enorm selbstbewusst. Dabei demonstriert er gerne seine Unabhängigkeit, indem er selber bestimmt, mit wem er engen Kontakt wünscht und mit wem nicht. Zuwendung des Menschen kann er zuweilen ziemlich penetrant einfordern, was sich meist im Hochspringen, Winseln oder Bällen äußert. Gegenüber anderen Hunden ist er in der Regel freundlich. Als Rüde lässt er jedoch, selbst größeren Hunden gegenüber, gerne seine Dominanz spielen. Der Shizu gilt als kinderlieb und verhält sich Fremden gegenüber zunächst eher zurückhaltend. Selbst bis ins hohe Alter ist er meist sehr verspielt. Seine Erziehung ist nicht immer ganz einfach und funktioniert nur mit liebevoller Konsequenz. Ansonsten passiert es, dass der Shizu seinen Menschen erzieht, statt umgekehrt. Auf Schimpfen reagiert er oft mit Ignoranz oder Arroganz. Auslauf und Pflege des Shizu Leider sind Hunde dieser Rasse oft überzüchtet und so muss man mit ein paar Überempfindlichkeiten und Problemen rechnen. Die hervorquälenden Augen sind sehr empfindlich und können sogar, so lustig das klingt, beim wilden Spielen herausfallen. In diesem Fall wird das Augenlid vom Veterinär zugenäht und der Hund ist auf dieser Seite blind. Die platte Nase kann zu Atemproblemen führen und auch die Kniescheiben des Shizu neigen zum Ausrenken. Dafür kann der kleine Löwe mit ausgiebigen Spaziergängen auch gut in der Stadt gehalten werden. Da der Shizu sein Haar nicht wechselt, verliert er auch wenig Haar. Man sollte ihn einmal pro Tag bürsten und kämmen, da sein bis auf den Boden reichendes Deckhaar leicht verschmutzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020